Moin, Mittag und einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Ich bin Jack von Jack in the Game und willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Weiter geht es. Wir sind gerade auf dem Weg zu den Unterstadtruinen, denn da ist der Eingang zu dem Tempel von Baal und da war uns ja die gute Oren, die wir ja noch erledigen müssen. Und ich bin gespannt. Außerdem erfahren, Kalec möchte, dass wir da sind, wenn sie stirbt. Die sture Sove. Ja, und die gute Nähter und Ältesten gehören, möchte uns immer noch haben. Ähm, zu der Tür? Ähm, ich hätte dem Terminal meinen Glauben nachgewiesen. Ich bin ein unheiliger Assassine des Baal. Hä? Ich hab doch die scheiß Hand, du blöde Kuh. Geht's vielleicht da rein? Gut möglich, oder? Uralter Hort. Wo? Irgendwas hier stimmt ja gar nicht. Ja. Fuck, das war so klar. Das war so... Ach, du heilige... Ach, du heilige Schnitzel. Okay. Okay. Mungi, nee, kurz schon schaden. Das ist ja schön. Ähm... Warte mal, wie viele Gegner haben wir hier? Wir haben hier eine ganze Reihe. Oh, das tut mir so unheimlich leid, Kalec. Das tut mir gerade so unheimlich leid. Ähm... Das tut mir leid, die ganze Hände hier. Oh, guter Treffer. Noch mehr Gegner. Oh, jede Menge da drüben. Ja, das ging ein bisschen schief. Schade. Aber wir haben... A weniger von denen jetzt hier. Okay. was... Ja, genau. wieder. Nice. Wir können hier noch den Schlag machen. Den großen Heed. Und ich könnte eigentlich, ähm, mal die Schutzgäste beschwören. Autsch. So. Zorn. Nicht zorn. 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 Ja, super. And south. Zorn. 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 Wunderschön. Irgendwas spannend bei den Fischern. Hier sind wir mit Gold, aber ich kann es nicht ausgeben, weil ich nicht weiß, wofür. Sterblichkeit praktisch. Ich werde mit ihm aufsteigen. Ganze Gold, schön und gut, aber ich kann damit nichts anfangen mehr. Ich wüsste nicht, wo ich das noch ausgeben könnte, was hatte ich. Ich habe sogar zu viel gerade momentan. So, 15.000, oder? Das wird nämlich mal weniger. Wie haben wir insgesamt? Wir haben knapp 200, 16.000, 16.000 im Dreh. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier rein? Ich habe noch eine Idee. Ich müsste zur zentralen Unschaltmauer. Ähm, der Grabsteinladen. Ich weiß nicht, wie wir ihn zaubern. Wie viel er übrig hat? Ich habe noch ein bisschen übrig. Na komm, das schaffen wir noch. Und zwar, wo ist denn der Scheiß? Grabsteinladen. Nee, halt, unter der Schmiede. Unter der Schmiede? Nee, nicht unter der Schmiede. Wo war denn das nochmal gewesen? Wo war denn der idiotische Grabsteinladen jetzt nochmal gewesen? Was, beim Friedhof? Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Mein Fist ist egal. So, ja, aber im Friedhof. So, ja, aber im Friedhof. Ja, 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 da. Das ist dann... Ach, warte mal, was ist denn ganz anders? Das ist ja dann, ähm... Geht's zu mir rüber wieder? Was ist denn hier drin? Sprichlösung Sicarius. Ah, siehst du? Alles ist ein Gruft. Pigament, Metallschild. Tribunal, Vorkammer. Der Hütende, der Wachende, der Lauernde. Ich habe gehört, Töte um hier zu sein und habe die Hand des Opfers als Beweis mitgebracht. So, die Frage ist... You gaze upon murder's progeny, child. His most ill-trusted zealots. His faithful departed. Prodigal servants. Each returns to do his bidding eternally. This man is known to all Baldurians. And his presence sparks dread in the pit of your stomach. Before you is Saravok Arnchev, a Baalist who almost brought Baldur's Gate to ruin a century ago. This is the court of the Dread Lord's Tribunal. I am its custodian. Here come those who seek to transcend. Aspirants of his most profane order. The would-be unholy assassins of Baal. Ohren schickt mich, um von Baal getauft zu werden. Was muss ich... Ja, was muss ich tun? Ich suche Ohren. Wo finde ich sie? Wo mache ich sie auf dem Herzen. Sie schützt den Baal. Das ist das Haus. Das Haus des Lieblings unserer Herr. Baal nie hat sie nie einen mehr giftigen Prodigy. Aber die Gehäine hat sogar die Mutter geschützt. Die Mutter wusste das. Und sie konnte das nicht bear. Wenn Aber sie nur sieben Jahre alt sind, sie versucht sie sich um die Kinder zu strüchen. Als ein 강al für unser Herr. Ich hörte die Kräste. Ich schaute die Hilfe. Ich schaute für die Kindheit. Aber die Kräste waren nicht Orens. Es war ihre Mutter's Blut, die die Schäden verletzten. Oren hat die Hände verletzten, die versucht zu enden, und sie machte ein Spiel davon. Und als sie mit ihrer Mutter verletzten, die Hände verletzten, die Hände verletzten, der Herr von Mörder sprach, durch die Kindheit. Lass nicht einen Finger auf diesen Kindheit, er sagte, und nicht einen anderen, für diese Kindheit werde ich mit unholy Art. Schutz sie in meinem Namen. Ich verstehe, warum Baal Oren ausgewählt hat. Ich verstehe, warum Baal Oren ausgewählt hat. Und so ist es, dass Oren nun lebt seine Tempel, und die Aspiraten für seine Krede. Aber Oren ist nicht der Grund, unsere Juden hier heute. Sie wünschen, einen unholy Assassin von Baal. Also, approach, und be judged. Okay, ich bin bereit beim Unterzufangen. Nicht gut. Ich bin bereit. Mit einem lächeln im Gesicht und Freude im Herz. Das klingt eher nach Baal. Nein, zunächst setzt sich dieser jämliche Existenz am Ende, dann hackt dich der Leiche die Hand ab. Du bist wertvoll. Gehe in den Dreadlords-Abertois und verabschiede ihn an seine Wille. So, willkommen zurück zum Schnitt, beziehungsweise vom Schnitt-Schnitt, denn der erste Schnitt war, weil er doch traurig geworden ist. Der zweite Schnitt ist, ähm, wie werden das Detail so spielen, als hätte ich nie gespielt, okay. Das Problem ist nämlich ganz einfach. Der gute Jack hatte das Problem gehabt, dass OBS plötzlich angefangen hat zu spacken. Und die ganze Part, ich hatte den Ohrenkampf gehabt, den nächsten Kampf da drüben und noch ein Kampf dazwischen. Alles kaputt gewesen, die ganze Detail. Also die ganze Aufnahme war weg, ja. Sprich, wir nehmen jetzt gerade nochmal diesen Part auf und ich werde vielleicht auch zuhören, wie ich die vorhin genommen hatte. Außer halt jetzt, äh, mit dem Lohren-Überraschungsmoment. So. Also, hierüber zu Sarawak, Arn-Chef. Oh, guck mal, da fliegt ein Elefant. Und ja, ich bin gerade ein bisschen mad. Es ist ein bisschen nervig, dass OBS gerade so ein Problem macht. You stand now on the cusp of the Dreadlord's favor. One killing secures your rebirth as an unholy assassin of Baal. The slaughter of a celestial being make violence of its goodness, spill its blood, and bathe in Baal's eternal rapture. Boy, I know you. Do not listen to this ancient fuck. Frey me at once. Und zwar ist der ehrlich gesagt sehr angenehm. Äh, wir fangen an mit einem Biss. Lecker Schmecker, also super Wecker. Schmeißen dann den Schuss herauf. Super. Und, wenn den Zug. Aber das Echo noch auf. So, er kriegt zwar jetzt einen Segen. Also, auf Deutsch, er kriegt halt pro Echo, dass ich kille einen Segen. Jedoch muss ich einige dieser Echoes ausschalten, weil es sich halt ein paar Wuffs geben. So. Äh, ich könnte noch mal einen Schuss werfen. Oh, was war es nochmal gewesen? Äh, er kann nicht gelähmt und verfolgt gesetzt werden und seine Bewegungsrate kann auch nicht auf andere. Okay, gut, ja. Auf den Boden mit dir. Okay. Dann halt, äh, das versuchen. Wunderschön. Rückschlag. Ja. Und Heiligtum noch aufbekommen. Ist das, ist super. Ich glaube, die in der Mitte killen sollen. Okay. Okay. Ähm. So. Wo eine starke Wache hinzu. So, ja, schön, jetzt kommen die ganzen Malunkenmücken hier. Der Breakdance hier. Ich will den jetzt angreifen. Super. Äh, letzte zwei noch hier. Wo sind die? Okay. Müssen wir hier den Zug fertig machen. Gut, dafür. Ja, ist er klar. Ein Fehlschlag. Ähm. Ne, wo ist er denn jetzt? Verwundbar. Und wir werden mal hier ordentlich mal noch mal zusammenbrochen. Okay. Someone will stop you, Barlist. When they do, I hope it hurts. Okay. 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 Ich esse deine Babys. Schützendes Band auch noch. Was ist das jetzt bitte? Oh, das schützendes Band ist jetzt hier. Äh. Wunderschön. Wunderschön. Ich seh jetzt mal ein Schildes Klamens aufknallen. Ähm. Wieso kannst du denn nicht? Ach, whatever. So. Bom. Und. Blutleärm. Lampenfiebern. Einige, dass Würfel sind ein bisschen reduziert dadurch, das ist gut. Ja, wir versuchen mal ein Spruch. Spiel, bitte, denk schneller. Dankeschön. Sprung. Ernsthaft? Rückschlag. Gut. Ähm. Lassen Sie mich überlegen. Könnte theoretisch irgendwas gegen ihn. Geister. Normale Hohle heilen. Wunderschön. Gehen wir uns noch mal 30 Meter entfernt hier. War ja klar, komm. Und noch ein Griecher-Feherschlag. Willst du mich verarschen, Spiel? Ich weiß nicht, ob das ist wertvoll. Ich weiß nicht, ob das ist wertvoll. Hm. So. das ist mein happy place meiner auch und ich jetzt irgendwo herkommen hier komm klar macht noch mehr kommen noch mehr schläge drauf kommt ja kommen fick mich doch hart so wunderschön heiltrank, 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 irgendeinen guten heiltrank, die nehme ich gerne so, blendenden strahl, kann ich zaubern, ja und feuer und dann noch das mal das ist so klar, dass wir an einem Haus, das war so oh verdammt klar ähm ähm mal kann passen, warum mach ich so wenig schade denn neusten jetzt ähm so so könntest du, bitte einfach noch sterben naja klar naja klar so, nochmal hoch rein, dankeschön ähm furchtsam, ok, ist das gut glaub ich glaub ich und das warum dankeschön so hast du auch so warte so warte mal die jush Sie überleben das, junge Dame. Willst du mich jetzt hier verkalbern? Ich bin mir gegen Gelehnt, das ist super. So, rauf da. Und nochmal. Danke Gott. So, das Schwert kriegt Carleck. Der Helm. Könnten wir auch Carleck eigentlich geben, oder? Gegen Zauber. Können wir machen. Das Schwert mir nicht besser. Also, ne, andere mal halt noch, ne. Treffer, äh, sechs Trefferbrücke zurück. Das ist ziemlich gut sogar. Und der Helm. Ja. Was hast du für'n Helm an, Süßer? Äh. Wenn man verschleiert ist. Ah. Hab auch nichts für verschleiern halt, ne. Kann ich also in Ruhe? Ihr den Helm geben. So. Amulett brauchen wir, Karte brauchen wir, Schlachter-Schlüssel brauchen wir. So, den Elefanten rausholen. Sehr schön. Took you bloody long enough. You've no idea how wrinkles like mine get caught in chains like that. I suppose some thanks are in order. You did a good job putting a stop to those barless Berks. Though I do wish you'd figured this all out before I, uh, put the blame for Father Logan's murder on that poor refugee. Gee, well, at least it's over now. Ähm. So, hier haben wir das nochmal genommen halt. Warte mal. Ja, wie steht die hier gelandet. Genau. After our chat at Charest's Caress, I thought it best to polish off the bottle I'd started. I started coming over all woozy. My joints stiffened up quicker than a brothel browser's loins. Paralyzed. My vision went black. When I woke up, I was in chains. Overall, a terrible ordeal. One deserving of a drink. I bid you good day, but it's been royally shite all round. Hm. Es wird noch schlimmer werden. Wir müssen in dem wiedererstarken der Ballisten ein Ende setzen. There is no we in this equation, my friend. I assure you, I am quite finished. Besides, it's plain to see that I'm well out of my depth here. But you, well, you gave these reprobates a proper seeing to. You clearly have what I don't. Courage. Insight. Heroism. The city needs you. I overheard these pigs talking. There's a Baal Temple deep within the old undercity that the cult is using. A century ago, it was destroyed by a group of heroic sorts. Let's hope history repeats itself, eh? So. Ähm, Reisetruhe, da war jetzt nicht viel drin. Satzweife. Oh, ist das? Stopp, Tabak, nee. Irgendwo hier soll irgendwo der Schlüssel da noch liegen für die verdammte Truhe. Wenn ich den finden könnte, aber ich glaube, habe ich nicht... Nee, komisch. Letztes mal gab es einen goldenen Schlüssel für die Truhe hier. Der ist auch nichts Besonderes drin, also... Rolle der, äh, was war das, Kreis der Unverwundbarkeit. Ich glaube, ein paar Edelsteine noch mehr nicht. Ähm, da war auch jetzt nicht... Gut, wir haben uns auf die Socken zum ersten Gehmeier raus. Nochmal mit auf den Weg zum Tempel des Bals. Wie gesagt, das hat ein bisschen beschissen halt, dass mir jetzt diese Aufnahme von so flöten gegangen ist. Ich habe auch keinen Bock, so zu tun als, ach, das ist ja alles ganz neu für mich. Deswegen müsstet ihr daran gewöhnen, dass sich ja gerade dieser Part ein eher... Ach, ich kenne das ja schon. Part ist. Leider. So. Eine lange Rast, bitte. Das Camp verlassen war. Super, dann gehen wir zu den Urschad-Ruinen. Wird ja auch mal, damit wir jetzt da reinzukommen in den Tempel des Bals. Das Wessel zurückgeht, meist schämflich unleakend. Prove your faith. Äh, ich habe den Tribunal in meinem Glauben nachgewiesen. Ich bin ein unheiliger Assistener. Nee. Das war genau hier. Ich habe einmal lebt vom Bale. Das ist nicht passiert in der Tür. Du hältst proof of faith. Aber die zu halten und die zu verdienen sind unterschiedlich. Aber wie hast du dich selbst in dem Dreadlord's Augen bewertet? Ähm, ja richtig. Ich habe das Mordtribunal abgeschlachtet. Unorthodox. Aber ein Show of faith, trotzdem. Walk in blood. Super, so. Hier, ich weiß, dass wir gleich was machen. Und zwar... Werden wir gleich Sneaky Beaky gehen. Oh. Sehe ich, es ist eine scheiß Passage, die richtig mies ist im Endeffekt. Okay, gut, kann man nichts machen. Ähm... Müssen. Gut. Überrascht. Und zwar... Das, meine Damen und Herren, ist ein... Ja, ein Tüter des Bals. Und der will gleich einen Buff machen. Der bewirkt, dass wir, ähm... Ja, lustigerweise... Naja, ich sag mal dazu. Am Arsch sind. Auf gut Deutsch. Und zwar haben wir sechs Minuten Zeit, ihn zu erledigen. Beziehungsweise er hat auch noch Fallzum drauf. Fünf Züge. Oder fünf Schaden. Und wir müssen im Endeffekt eigentlich nur dafür sorgen, dass wir ordentlich Schaden draufknallen, dass er erstmal uns kein Problem macht. Ähm... Da habe ich einen Feuerpfeil. Da muss ich mal sortieren hier. Typ. Gut. Und dann... Ähm... Blitz. Machen wir mal... Gängig zurückstoßen, wenn man noch... Und wenn es noch hat. Okay, gut, das kann ich auch nicht machen. Schade. Ähm... Ich will auch die, den Spoiler-Teleportation zu verheilen nutzen. Das heißt also... Wir laufen einfach jetzt mal... Megaschnell. So. Jetzt brauche ich... So, ich bin überrascht. Stimmt ja. Ach, super. So, je schneller sie da drüben... Taktik. Taktik. Ich bin überrascht. So, ich bin überrascht. Aber eine super... Lage dafür. Gut. Ähm... Sputten. Sputten. Super. So, ich kann jetzt eigentlich mit dem Pfeil bestimmt da hoch, oder? Irgendwie da hoch. Da ist gut. Da gehe ich sogar gerne hoch. Okay, hier komme ich nicht so lang. So. Zaubern. Ja, schlag und zu lang. So. Der kann ja da rüberspringen. So, aua. Kehlenschlag, komm. Schön aufs. Immer schon kreuzweise. Ähm... Ähm... Jetzt geht's auf den Zeige halt. Der ist so beschissen. Au. So. Gut. Gut und jetzt Feuer. Feuer. Feuer ist egal. Zaubern. Na klar. Ja auch ganz schön aufs Maul. Ich hatte ein Herz. Au. Könnte ich ihn treffen? Ich glaube ja. Oder auch nicht. Gut, der geht rüber zu Schattenherz. Das ist gut. Den jetzt angreifen. Donner. Also der Grund, warum sie dann alle verschwinden ist, sie haben einen Buff, den nennt sich Mörder in Trance. Und der verschwindet, sobald halt der Ferntöter des Baals tot ist. Ja ja, die ist schon mal letztes Mal gestorben, also kein großer Verlust gerade. oh. 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 So, bitte tu ihm nicht weh. Bei Gott nur eins, ich töte dich irgendwann. Ähm, kannst du? Nee. Aber du kannst das machen. Gut, auch unerhaltsam ist es vorbei. Das heißt, jetzt könnte ich mir eigentlich volle Kante raufknallen. Perfekt. So, müssen alle jetzt weg sein. Soldier. Ja. Jetzt haben sie alle ab. Boah, ey. Erstmal, als ich das gehabt habe, ich hätte solchen Muffenzauern gehabt. Ich habe wirklich einen starken Zauber genutzt hier. Kein Witz. Das war schlimm. Ich glaube, ich habe immer noch so viele gute Zauber eigentlich noch parat, ne? Mal gucken. Ja. Ich brauche nicht noch mal ein Rast. Das ist gut. Ich brauche einen Schritt. So. Und der Fertüter hat nichts gehabt. Ursprüngerweise. Außer einen Speer. Das ist gut. Das ist gut. Ich brauche nicht noch, wie es ist. Ich brauche es nicht zu sehen. So, ich gehe jetzt diesmal nicht links lang, das ist eine Falle. Jetzt gehe ich rechts lang diesmal. Außer wie das Spiel hat sich noch gedacht, sich eine Falle einzubauen. Welcher Marsch? Und hier kommt jetzt der Spaß für die ganze Familie, meine Freunde. Jetzt kommt der richtige Spaß. Hmm, so man hat keine Tür hat drücken. So, um die hierher brauchen wir keine Sorgen machen. Ich muss mir eher Sorgen machen um die Leute hier drumherum. Die Kultisten. Wie gut ich war. Wie gut ich war. Wie patient, während du den Tyrant verbringst du für mich. Um... Um... Ja, richtig hier. Ich habe getan, was ich wollte. Ich habe Gotthard getötet, also lasst sie frei. Und da hatte ich den Net-20 und den Net-1 gehabt, ja? Das war so genial. Aber gut. Dankeschön. 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 To my flesh to your unholy purpose. Ich kriege nie genug von der. Sexy. So. So, wie gesagt, wir müssen uns um die Kodisten hier kümmern, die am Halligtub drauf, das ist natürlich ein Problem, aber kein großes, ähm, kein ach so großes, denn ich kann immer noch, ich kann noch ein paar schöne Pfeiler hier nutzen, kann ich das mal runterschließen, ne, Glück habe, ja, einer weniger. Ne, ich kann da nicht zurück, ich könnte aber da zurückgehen, für einen Höhenvorteil, so, dann kann ich erst noch mal die weiteren Pfeile nutzen, und zwar, Gute Fanreiche, perfekt, äh, nicht, äh, ähm, verdammt, decken schief. Oh, dann tut mir das immer hier wieder. So. Träumender Blick. Könnte theoretisch, einen Eissturm hier beschwören. Oder da, ne, ich mache es mal da. Und dann hole ich da noch eine Dingsstoffe her, so. So. Mh, lassen Sie mich kurz überlegen. In der Theorie könnte ich eigentlich darüber unterstoßen. Ne, jetzt kann ich knicken. Kann ich so leicht unterstoßen. Okay, ich kann nix machen, ähm. Super. Äh, du kannst auch nicht viel machen. So, das Sägen des Balls, genau. Die kommt wieder hoch auf sieben. Auch nur solange die, ähm, Dingens aktiv sind. Äh, ich bin falsch aktiviert. Autsch, das hat weh. Oh, Mann, das Dingens ist auf uns allen drauf. Den meisten von uns. Das war jetzt nicht ab da an. Hochhelf, bitte. Dankeschön. Benommen, sehr schön. So, eine neue Sägen. Ähm. Ja, gut, ich kann einen blinderen Strahl einsetzen. Mach ich das hier? Sehr schön. Ey. Er hat richtig angepisst, aber wirklich angepisst. Ähm. Ich habe da irgendwas machen können hier. Okay. Ich habe da das. Da haben wir mal gerade richtig Probleme Ey Ansteckt Vergiftet Im Nachteil auch noch Wunderschön Ey, wenn ich jetzt draufgehe, ja? Ich kriege einen Anfall hier So Ähm, hab ich irgendwas Irgendwas anderes Ich machen kann Ähm Irgendwas 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 Um... Super. auch super es ist jetzt ein das ist das 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 Okay. Hmm. Ähm. Super. Ey, er tut deinen Scheißsegen. Ach komm, leck mich da am Zipfel, du. Ist gerade richtig der, äh, äh, nicht zerschmettern, der ist, das ist ziemlich ernüchternd. Okay, wir laden nochmal neu, das ist ja spachsinnig, ey. Oh, das ist so ekelhaft ärgerlich. Ich, äh, Gott im Himmel. Das beärgert mich gerade richtig hart. Jetzt müssen wir uns vorstellen, ne, wie es ist, dass man wirklich eine Stunde aufgenommen hat, nur, nur nach dem Schnitt, ja, eine Stunde nach dem Schnitt. Das geschafft hat, und dann hat man sich denkt, ne, komm, OBS, fick dich mal, zerstört die Aufnahme. Hasse ich, mag ich nicht, bin nicht langer zuwider. Ähm. Habe Tränke, ich muss mal auf Tränke gehen hier. Gehen wir auf den Hammer wieder zurück. Ich brauche die Fähigkeit lieblich. Ähm. Ähm. Was, ich muss überlegen. Ich kann noch irgendwas zaubern. Granatentechnisch. Ne. Lexiere technisch. Ähm. Was hat da was für unsere gute Dame hier? Hassspuren, Herzlicht, Beschichtungen? Ähm. Was könnten wir hier nehmen? Alles beschissen. Alles im Grunde genommen leider gerade richtig beschnieselt. Ähm. Graniert zu verwirren, das ist aber verwirren gewesen. Oh, okay. Naja, das kennen wir schon. So. Ähm. Aber noch ein paar Gifte, die ich nutzen kann hier. Was ist nächstes? So, fährst du, das bringt ja gar nichts. Ähm. Hier. Hast du noch ein Gift hier, Starion? Ne. Super. Abmarsch. Ja, 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 ja. So, sehr schön. Ja, ja, ja. So. Lass uns mal was überlegen. Astarion, mein Freund. Ich brauche dich mit. Dem Fall. Ein Problem weniger. Super. Dann gehst du nach hinten. So, dann kommen wir hier. Können wir in der Theorie das so. Treffen alle vier. Perfekt. Perfekt. Dann. Der Fernreiche. Leben der Grisha Taffa. Dann nochmal nach da oben. So, der ist gelähmt. Sehr schön. Sehr schön. So, der ist gelähmt. Oh Gott. Hm. Hä? Du sollst doch nur da rüberspringen. Was machst du denn da, du Pflaume? Gott im Himmel. Rückschlag. No. Sehr schöner Treffer. Ein Ding des Bals. Gut. Ähm. Als nächstes. Brauchen wir nochmal die Kanonen hier. Die Kanonen, ja. Die Superpfeile. Ach, komm. Leck mich da am Zipfel. Ich könnte das so machen. Aber ich glaube, ich könnte auch. So. Perfekt. Drei mal einen Schlag. Wunderbar. Wunderbaum. Und da kann man verwechseln. Für den Fall der Fälle. So. Das ist kein Problem. Du kannst Windschuss machen und den wegstoßen. Okay. Ähm. Wunderschön. Soll ich's mal machen, ne, Karlek? Ja. Na klar. Gut. Super. Ähm. Darauf. Ja, ja. Schrei mal weniger. Mal sehen. Vielleicht funktioniert die jetzt. Okay. Schon mal ein Anfang. So. Ah, komm. Bitte, bitte, bitte. Funktioniere. Ach, komm. Wisst du was? Leck mich da am Sack. Haha. Da rüber. Funktioniere. sehr schön super ist mal leichter war klar auch so klar so stark war drauf ein hier so furchtsam schon wieder will sie verarschen hier da kann man es nach vorka nicht aufgelungen gut so dann super fuck is ah glück gehabt Kann ich den Windstoß machen? Nee. Könnte die Kugeln machen. Tot. Nice. Dankeschön. Danke, 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 danke. Danke, danke. Super. Töten? Was ist bitte töten jetzt? Rückbelegung. Okay. So, ich bin weniger sexy. Doch, nichts viel ändern. Autsch. Super. Super. I have to keep going. I won't go on without you. Und... Äh, der Plan ist, dass du dich hochhalst, meine Süße. Und zwar damit. Dann gehst du ganz weit in Deckung. Und... Das ist gonna feel good. Okay. Okay. Na klar Zauber mir mal Gut Ich hab noch einen guten Pfeil hier So Was? 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 lasst mich über Dankeschön Und jetzt Das hat ich nicht gehabt Das ist ein Fun Fact So Das habe ich bis jetzt nicht gehabt Also andere hat es schon gehabt Super Super Oh Barotte Ah So Ich glaube wir sind bereit Dem ältesten Gehirn gegenüber zu treten Wie finden wir es diesem morphischen Tümpel Ja Und das war es auch schon meine Freunde Wir haben wahrscheinlich die Überreste von Ähm Was ist die Dovo Uschi jetzt hier nochmal Ähm Warte ganz kurz Da Und zwar hatte sie einen schönen Dolch gehabt Oder ne kurzschwert Was wir mitnehmen Äh Was ist denn was super sexy das Ähm Wirkt zusätzlich ein bis 4 Stichschaden Schmeiß mal da hin Dann geben wir das dann mal unserem schönen sexy sexy Vampir hier Und Und Das dann so Super Gut Das war es aber mit dem Part Und ich entschuldige mich nochmal Das ist halt wirklich nicht so ein reiner Blind Part war So ist es mit OBS Ich hoffe jetzt die Aufnahme jetzt zumindest einigermaßen gespeichert Das zieht ihr natürlich dann wenn die Aufnahme und der Part läuft Und bis dahin bleibt noch geschmeidig Schöne mit Öle Und Bis demnächst Zum Finale von Balders G3 Wird man noch gut anmerken ne Also Bis bald Ciao Ciao